Willkommen zu meinem Review-Video über das Kesser registriertes Warenzeichen-Split-Klimagerät mit Wi-Fi und App-Funktion. In diesem Video werde ich Ihnen eine umfassende Analyse der Produktmerkmale und Funktionalitäten geben, Vergleiche mit ähnlichen Produkten ziehen, Testimonials von zufriedenen Nutzern präsentieren und abschließend meine Meinung über das Produkt zusammenfassen. Beginnen wir mit einer ansprechenden Einleitung. Das Kesser registriertes Warenzeichen-Split-Klimagerät ist die perfekte Lösung, um an heißen Sommertagen einen kühlen Kopf zu bewahren. Mit seiner innovativen Technologie und den vielfältigen Funktionen bietet es Ihnen ein Höchstmaß an Komfort und Bequemlichkeit. Lassen Sie uns nun einen Blick auf die Produktmerkmale werfen. Das Kesser registriertes Warenzeichen-Split-Klimagerät verfügt über einen leisen Schlafmodus, der Ihnen eine erholsame Nachtruhe bei angenehmen Raumtemperaturen ermöglicht. Mit der LCD-Fernbedienung haben Sie jederzeit die volle Kontrolle und können mithilfe des 24-Stunden-Timers festlegen, wie lange Ihr Raum gekühlt werden soll. Mit vier Leistungsstufen können Sie individuelle Einstellungen vornehmen. Die innovative Technologie des Klimageräts verwendet das umweltfreundliche Kältemittel R32, das eine Leistung erzeugt, die 1,6 mal höher ist als bei herkömmlichen Klimageräten. Dank des geringeren Druckverlusts können die Leistungswerte signifikant gesteigert werden, während die Wärmetauscherflächen gleich bleiben. Das Kesser registriertes Warenzeichen-Split-Klimagerät ist auch mit Wi-Fi-Funktion ausgestattet, sodass Sie es bequem über Ihr Smartphone oder Tablet steuern können, unabhängig von Ihrem Standort. Die dazugehörige App ist kostenlos und einfach zu bedienen. Mit dieser Funktion können Sie nicht nur die Temperatur einstellen, sondern auch alle anderen Funktionen der Klimaanlage kontrollieren. Dadurch erhöhen Sie nicht nur Ihren Komfort, sondern senken auch Ihre Energiekosten. Nun kommen wir zu den Vergleichen mit ähnlichen Produkten. Das Kesser registriertes Warenzeichen-Split-Klimagerät zeichnet sich durch seine hohe Energieeffizienzklasse aus, was bedeutet, dass es Ihnen nicht nur ein angenehmes Raumklima bietet, sondern auch Ihren Energieverbrauch minimiert. Im Vergleich zu anderen Klimageräten in dieser Preisklasse bietet das Kesser registriertes Warenzeichen-Split-Klimagerät eine herausragende Leistung und ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis. Lassen Sie uns nun einige Testimonials von zufriedenen Nutzern hören. Michael sagt, das mitgelieferte Material war in Ordnung. Die Kupferleitungen wurden ordnungsgemäß verlegt und die Installation war einfach. Jens berichtet, Ich war auf der Suche nach einer schmalen Split-Klima-Anlage und das Kesser registriertes Warenzeichen-Split-Klimagerät hat meine Erwartungen erfüllt. Die Installation war einfach und das Gerät funktioniert einwandfrei. Markus Nussbaum erteilt seine Erfahrung. Die Leistung des Kesser registriertes Warenzeichen-Split-Klimageräts ist beeindruckend. Es kühlt meinen Raum schnell und effizient. Iwi sagt, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist außerordentlich gut. Die Klimaanlage ist vorgefüllt und einfach zu installieren. Abschließend möchte ich meine Meinung über das Kesser registriertes Warenzeichen-Split-Klimagerät zusammenfassen. Das Gerät bietet eine hohe Leistung, eine einfache Bedienung und eine Vielzahl von Funktionen, die ihren Komfort steigern und ihre Energiekosten senken. Mit seinem attraktiven Design und seiner innovativen Technologie ist das Kesser registriertes Warenzeichen-Split-Klimagerät eine ausgezeichnete Wahl für jeden, der nach einer effizienten und zuverlässigen Klimaanlage sucht. Wenn Sie das Kesser registriertes Warenzeichen-Split-Klimagerät erwerben, profitieren Sie von einem angenehmen Raumklima, einer einfachen Bedienung und einer hohen Energieeffizienz. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um das Produkt auf Amazon zu kaufen und unterstützen Sie mich dabei, weitere hochwertige Inhalte zu produzieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal!